Prozent und dieser Nebel sieht auch total geil aus genau nach dieser Mission werden wir sehen ob es klappt oder nicht denn 4 oder können auch was hinzufügen um denn diese Mission hatte ich ja eigentlich schon und dann nach nach dieser Mission auf den Rückweg da war dann auf einmal dieser Fehler dass da nichts mehr mir angezeigt worden ist und kein und kein wie gesagt kein Ziel wo ich hin müsste oder so und und die Speicherstände waren voll durch den Wind waren voll durcheinander also keine Ahnung hoffen wir mal das Beste hier sind einige Momente im Spiel gewesen wo ich sag also aus dem Grund alleine muss ich es nochmal spielen weil alleine diese 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 Ortschaften wo man war oder hier zum Beispiel der Powerkern ja der Kraftkern hier Wahnsinn total geil gemacht die Szene die jetzt kommt benutzen sie das Terminal ok ach ja jetzt kommt er erstmal Dings jetzt habt ihr erstmal wieder was zu gucken Prost nachgesetzter Bericht private Nachricht diese diese ist für meine Tochter hi Amanda diese Nachricht ist für dich mein Liebling ich hoffe du wirst diese Nachricht eines Tages hören ich bin in Schwierigkeiten mein Schiff es gab einen Unfall Liebling wir haben eine Kreatur gefunden sie war sehr gefährlich wir konnten sie nur stoppen indem wir das Schiff zerstörten mir geht es gut ich sitze in einem Rettungsschuttle irgendwo in der Weite wir mussten die Nostromo zerstören was wir getan haben hi Drex wir konnten nicht riskieren dass die Kreatur mit uns heimreist hi Drex alles gut bei mir ich hoffe bei dir auch mach dir keine Sorgen um mich wir werden uns bald wiedersehen ich hab dich lieb meine Süße machs gut Mama machs gut Mama tschüss message end so ja dann gehts jetzt los unsere Mission die wir schon hatten ich freu mich schon bester deutscher Streaming Mod hehehe vielen vielen Dank so danke für die vielen Komplimente ihr seid die Besten ja Let's Play Live Show jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr und mein YouTube Channel Reflex GR gibt einfach mal Werbung ein und ihr seht mein YouTube Channel ich würde in diesen Raum gerne mal reingehen ehrlich und mir das angucken das ist die einzige möglichkeit ich kann es nicht nach Leben lassen und ich werde es nicht der Firma überlassen sonst geht das alles wieder von vorne los anstatt sie ihm jetzt schon einen auf die Birne gehauen hätte ne naja Dankeschön Aidencroft da seht ihr meinen YouTube Channel den YouTube Channel von mir Reflex GR ja Let's Play Live Show jeden Freitag jeden Samstag 20 Uhr nur hier only boah wieder die Knarre aber auch hält ne so ich habe sie gelebt und ich habe sie getötet oh das brummelt ganz schön im Ohr Fusionsreaktoren über das Computer öffnen Sie die Fusionssysteme damit ich an Ihnen arbeiten kann was wir brauchen Strom beim Auxiliar Generator suchen Sie nach den Buchladen AUX ich habe es gefunden boah diese Soundkulisse ne boah krass das ist echt heavy wow alles ok Taylor schalten Sie jetzt das Wartungstabinell von AUTO auf MANUEL um können Sie es sehen es muss da sein Taylor vertrauen Sie mir das ist es waa waa mach fertig mach fertig äh 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 ä Boah, krass. Oh Gott, sie haben es geschafft. Huuuuh. Halt, irgendwas stimmt nicht. Ich verstehe nicht. Primärsystemeinsturz. Systembeite stört Kaskade. Oh, scheiße. Marlo hat eine Überlastung erzogen. Nein. Nein. Entkommen sie. Okay. What the fuck. So, weiter geht's. Die große Rennerei geht wieder los. Ach du Scheiß. Das ist aber so geil in Szene gesetzt. Das ist unglaublich. Boah. Alter. Alter, Falter. Wow. Wow. What the... Wow. Alter, das ist total geil gemacht. Ehrlich. Kann man einer erzählen, was er will. Muss man das immer so spannend machen? Ja du, ich schuldige. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich will nur zu meinem Schiff. Wow. Wow. Hi Slipknot. Ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Du hast gerade richtig eingeschaltet... Eingeschaltet. Genau. Eingeschaltet ist auch geil. Eingeschaltet. Zum spannendsten Zeitpunkt überhaupt. Bugway Dance. Moment. Noch ist gar nichts. Jetzt... Jetzt kommt ja die Stelle. Jetzt wo ich zurück bin. Da habe ich nichts angezeigt bekommen. Hi Devrock. Ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Jetzt drück die Daumen, dass jetzt kein Bug kommt. So. Jetzt muss es klappen. Jetzt muss ich was angezeigt bekommen. Die hat die Ruhe weg. Ja. Verkaufst du deinen Terminator-Skull? Ne. Finden sie einen Weg, die Torrents zu kontaktieren. Ah. Der Fehler ist weg. Yes. Der Fehler ist weg. Geil. Jetzt kommt nämlich auch die Frau. Die mit uns quasselt. Und außerdem bin ich jetzt Dings. Und außerdem bin ich jetzt irgendwie in so einem anderen Bereich. Hier ist alles orange. Sonst waren die Wände nämlich rot. Naja. Speichern wäre jetzt echt mal geil. Und letztes Mal war es im Transit. Ja genau. Da ging es nämlich schon los mit dem Bug. Muss es immer so spannend machen. Den Spruch fand ich gerade richtig geil. Ja, aber ich kann es ja nicht dafür, wenn ich mich da vertippe auf einmal. Applaus, Applaus. Und wie gesagt, jetzt sind hier die Wände, sind jetzt orange und nicht rot. Also hat das Spiel echt einen Bug gehabt. Oh, was haben wir in... Oh. Immer schön mitnehmen alles. So. Da können wir wieder was herstellen. Zumindest ein einsetzende Komponente. So. Super gut gedenct, oder? Ja. Entschuldigung. Ich würde gerne speichern. So, den Ionschneider. War Missionswechsel, dadurch Autosave. Okay. So, hast du Evil Within schon gespielt? Ja, ich habe, Dings, äh, ein Let's Play mache ich davon auf meinem YouTube-Channel. Schau einfach mal vorbei. Reflex GER. Willkommen bei Siegson Communications. Bitte mehr... Oh, wo war der Speicherpunkt hier? Äh. Äh, 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 äh. Finden Sie Ricardo, äh. Kommunikationszugang, Rezeption, Fahrstuhl. Geh sich an der Rezeption an. Ich muss mich nirgendwo anmelden. Ich brauche jetzt mal einen Speicherpunkt. Was? Wer brennt denn da hinten? Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Siegson ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen Sie? Den Fähnen Sie das? Nein. Die Fohrverbindung ist langer. Wow. Wow. Fuck. 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 Die habe ich ja gar nicht gesehen. Scheiße. Oh, die können aber gut zielen, die Affen. Aua. Fuck. 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 Alter. Jetzt kommen ja auch noch... Alter, jetzt haben wir noch... Oh, jetzt kommen noch hier so scheiß Soldaten. Fuck. 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 Das scheiß Kack-Alien soll jetzt einfach kommen. Mann. Scheiße. Und ich habe nicht gespeichert. Fuck. Nein. Nein. Ich habe... Nein. Nein. Ich habe... Fuck. Ich habe nicht gespeichert. Fuck. Scheiße. Wo soll ich denn hin? Ich habe doch nicht gespeichert. Fuck. Fuck, wo soll ich denn hin? Ich habe nicht gespeichert. Scheiße. Wo kann ich denn hier speichern? Verdammt nochmal. Und ich muss bestimmt links lang, ne? Fick dich. Fick dich. Wow. 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 Ja, ich kann auch schießen. Ja, guck an. Ich kann... Guck mal hier. Ich kann auch schießen. Guck mal. Bam. Guck mal hier. Gesterben. Gesterben, du Scheißer. Alter, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Aber die können besser... Aber die können besser... Man, fuck. Die können besser zielen wie ich, ey. Die Scheißer. Guck mal, was ich für dich habe. Guck mal hier. Guck mal hier. Brenn, du Sau. So. Du Stricher. Ich glaube, hier lang muss ich, ne? Ja, ich glaube, ja. Fuck, fuck. Ich würde so gerne speichern. Boah, ist das spannend. Oh, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja. Boah, Gott sei Dank. Ich war noch nie so froh, gespeichert zu haben. Alter, wo muss ich hin? Aber ich will hier gar nicht rennen. Ich weiß nicht... Ich weiß ja gar nicht, ob da Alien hier ist. Huuuuhuuhuuhuuhuuhu. Lalalalala. Äh. Es... Oh. Sind doch immer in diesem Terminal gespeichert. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschlüssel manuell ausrichten. Und gehen Sie hier am Polo-Polstein? Da ist ein Observatorium bei der KOM-Zentrale, oder? Ja, damit sollten Sie die Koordinaten der Torrents finden können. Ich mach Ihnen die Tür auf. Ja, mach die Tür auf. Beeil dich. Komisch, er wird nicht angezeigt, dem Motion Tracker. Naja, gut. So, ich glaube, wir haben die Soldaten erstmal hinter uns gelassen. Wir müssen jetzt zu dem Fahrstuhl hier. Mein Gott, ist das laut, ey. Meine Kopfhörer wieder so laut eingestellt. Und, oh mein Gott, ist das spannend. Ich glaube, der Fahrstuhl ist da. Sehr schön. So, zum Kommunikationszentrum. Yeah! Liegt sogar auf der gleichen Station. Das ist super, ohne Ladebildschirm. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Nein! Hier haben wir doch so ein Theater am Anfang des Spiels. Ich kann mich entsinnen. Am, ich glaube am 5.10. war es gewesen. Am Sonntag. Da waren wir hier. Das ist der Bereich, wo diese scheiß Androiden waren. Ich entsinne mich. Ja. Ach du Scheiße. Ich muss mal ein wenig meine Kopfhörer leiser stellen, weil es gerade doch ein bisschen sehr laut ist. Äh. Ich kann die Abriegelung nicht umgehen. Ich kann die Abriegelung nicht umgehen. Ich muss hier weiter. Was? Was, 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 was? Versuchen Sie erst nochmal. Okay. Okay. Fühlst du dich sicher? Ich nämlich nicht. Fühlst du dich sicher? Ich mich nämlich nicht. Ich auch nicht. Linksrum muss ich. Ach, linksrum muss ich. Okay. Ist denn, ist denn drüben auch ein Schacht? Ich glaube ja, ne? Oh, geil. Weil, Entschuldigung, dass es gerade so dunkel ist, aber ich kann hier leider keine Lampe gerade anmachen. Ganz vorsichtig. Pssst. Ganz vorsichtig. Boah, Alter. Pssst. Ganz lange ist er. Boah, ist gerade voll spannend. Ohne Scheiß. Puh, puh. Ich glaube, wir sind richtig. Glaube ich zumindest. So, weiter geht's. Hier in der Let's Play Live Show mit Alien Isolation. Ihr habt richtig eingeschaltet. Jeden Freitag, jeden Samstag, 20 Uhr. Und mein YouTube Channel, Reflex, GER, einfach mal Werbung reinschreiben in den Chat. Ja, ihr habt richtig gehört, Werbung. Und dann seht ihr meinen YouTube Channel und die weiteren Infos zur Let's Play Live Show. Wann die immer auf Sendung ist. Mein Gott, man muss mal überlegen. Seit 4.10. spielen wir jetzt Alien Isolation. Über 20 Stunden. Und immer noch nicht. Was ist das denn hier? Wer sitzt denn hier? Höh. Der packt mich. Der packt mich. Ich seh schon, der packt mich gleich. Lala. Rauf oder runter klettern? Okay, rauf. So, Ziel aktualisiert. Nutzen Sie das Ortungssystem, um die Torrents zu finden. Boah, wie cool das aussieht. Unglaublich. Aber wahr. Und da ist die Sonne. Soll das die Sonne sein? Ist das die Sonne? Ich kann ja gar nicht ranzoomen, ne? Ich glaube, ja. Ah, hier. Was? Eingabe mit Digikreuz. Angleichen und X drücken. Achso, okay. Manche Spiele sind relativ merkwürdig. Äh, ich glaube, ich muss hier hin. Was, 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 was? Steuern Sie die, äh, Undock-Ausrichter mit... Ist das jetzt richtig gewesen? Ich hab, ne, war falsch. Hä? Steuern Sie die Undock-Ausrichter mit dem linken Stick. Aktivieren Sie mit X. Ja, aber was soll ich denn hier ansteuern? Jetzt vielleicht? Ich glaube, das war richtig. Ja. Alter Falter. Okay. Im Kreis bleiben. Ja, danke für den Tipp. Ich hab's auch so hinbekommen. So, jetzt haben wir hier nochmal ein Bildschirm. Ah, okay. Im Kreis bleiben. Ja, das war richtig. Ich hab Sie gefunden, Ricardo. Jetzt müssen Sie noch die Schüssel manuell auf die Position der Torrents ausrichten. Manuell. Verstanden. Ich gehe nach draußen. Was? Geben Sie die Koordinaten der Torrents manuell ein? Nein. Wir müssen nach draußen? Wie bitte? Okay. Also, gehen wir jetzt raus ins Wildall bei Alien Isolation und wir sind immer noch nicht am Ende angelangt. Ähm. Wo muss ich denn jetzt hin? Na, jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal wieder zurück zu den Affen, ne? Ja, jetzt läuft's wieder rund. Das hebt die Stimmung. Ja, ich hab's. Ach, hier ist die Luftschleuse. Das ist tatsächlich die Sonne da hinten, ist ja mal cool animiert. Aber ich hab ja gar keinen Anzug, hallo? Es geht hinunter in die Tiefen des Weltalls, muaah. Weltraumspaziergang, yeah. Habe ich schon lange darauf gewartet. Ich meine, wir hatten einen, hatten wir ja schon gehabt. Einen Weltraumspaziergang hatten wir ja schon. Solche Gullis kenne ich normalerweise nur von, von uns eigentlich draußen auf den Straßen. Aber die gibt's anscheinend hier auch. Yeah, speichern. Hehe, Ape-Power. Jetzt geht's rund. Das kann ich mir vorstellen, dass es jetzt wahrscheinlich relativ geil wird und auch spannend. So, dann werden wir uns mal anziehen. Oder umziehen, besser gesagt. Wow, schick. Wir spiegeln uns nicht. Ich bin dein Vater. Alter, wie langsam die jetzt schon läuft. Aber ich kann ja so laufen. Nö, nö, nö. Alle wegschauen, er muss sich umziehen, genau. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Boah, dieses Sound-Kulisse ist mal echt porno gerade. Einfach mal genießen. Ich werde, glaube ich, so wie das letzte Mal, wo wir draußen waren, werde ich jetzt einfach mal die Fresse halten und ihr genießt es einfach mal. So wie ich auch. Boah, Alter, ich kriege eine Latte, ohne Scheiß. Ruf, Beeilung. Wenn ihr Sebastian-Poläs fällt, ist die Kacke richtig am Dampf. Ich bitte, ein Platz. Ich würde, glaube ich. Ja, jetzt ist er. Ich würde, glaube ich, okay atau mal sein. Der 얼�igen, Millionaire, wird aus der Tür. Das wäre hell, aber das ist her. Schw Jeżeli ist, glaube ich. Also noch mal gern. Ich hatte das keine Lauf Yong, sage escję. und was gut grüßt mir mal im mond Unglaublich Also Echt toll Tolles Spiel Muss ich sagen Also Hammer Echt krass Puh Äh Dish Main Tress Der Weltraum Unendliche Weiten Warum spätst du nicht? Keine Ahnung Ich kann ja auch nicht springen im Spiel Ich glaube, wenn ich springen würde, würde ich davon Fliegen Boah, Alter, ist das geil gemacht, ey Ohne Scheiß Das ist mal richtig Porno Wie weit wechseln wir jetzt aber auch sind Von der Tür, ne? Ist unglaublich Kann man mal so ungefähr sehen, wie groß das auch ist, hallo Immer wenn ich gucke, kommen keine Aliens Heute war das Alien aber schon mehrmals wieder da gewesen Gestern Hatten wir gestern das Alien eigentlich? So gut wie gar nicht, ne? Ich sehe nichts Hallo Hallo, ich sehe nichts Was? Ich Wie cool, dass so gedämpft ist Gedämpft ist Boah, Alter Also mit Farben haben sie mal echt geil gemacht Mit dem Farbenspiel Wie cool, dass er so gedämpft ist So in diesem Helm und alles Mit der Soundkulisse richtig cool Und jetzt muss ich jetzt hier hin, oder was? Ach, das ist die Schüssel, okay Ah, hier Puh, danke für die Werbung Genau, gestern war Androidenwahn, stimmt, ich vergaß Ich hab's schon verdrängt gehabt eigentlich, diesen Androidenwahn Ähm So, und jetzt? Jetzt hab ich die Schalter betätigt Muss ich da noch was drücken? Ne Ist grün, ist grün Ist grün Und ich hab Ihnen Vielen Dank.